Wirkungstreffer Der ging voll durch ihre Panzerung Oh, mit 8 top hier überlebt Flixpilz Was andere jetzt? Da Übernehmt doch, Mensch, nur Wir sind Bewegungsunfähig Gegnerfahrzeug ausgeschaltet Oh, den hätte ich jetzt nichts sehen Fahr los Oh, das war die Artillerie Super, jetzt kann ich mich nicht bewegen Ne, brauche ich ja reparieren Repariert sich ja schon Oh, ganz Kette repariert Weiter geht's Sag mal, was machen die drei da drüben? Wenn ich da stehen bleibe, schiesse die Artillerie Ich fahre vor... Schiesse die Jagdbund oder irgendwas anders Mach ich ihn zum Besten Winkel Spiegel zerstört Wenn ich das sehen würde Schiesse die Artillerie gleich wieder Oh, zu Glück daneben Winkel Spiegel repariert Was? Ich hab keine Chance, wenn ich den jetzt sehe Das war's für uns Das war's für uns Ja, dej ich um's Na, was gerade gut Idee War doch nicht mehr ES-E-E-E-E-E-E-S-U-E Das war's für uns Warte, in der Mitte? Okay, wir sehen wo er nicht schießen kann. Oder kann der da hinschießen? Ja doch. Wann dann da Felsen? Hm, komisch. Ach nee, das ist nur ein bisschen Fisch. Na komm. Na komm, ich werde nehmt Schnelle. Oh, ich frage mich, wozu hab ich da überhaupt verteidigt hab, wenn die gar nix machen da drüben. Hehehe. Hallo, okay, ich hab 3.000 Schaden gemacht. Okay. Geil. Strafe für Schaden am Verbündeten? Wo hab ich ihn hier bitte an Verbündeten beschädigt? Hä? Hä? Ich hab doch... Hä? Ist das hier vielleicht irgendwo angezeugt? Hä? Wann soll ich ihn hier beschädigt haben? Hä? Ich hab doch keinen Verbündeten beschädigt. Komisch. Ach nee. Beim Gino muss ich erst noch den Zeug erforschen. Na? Oder spiel ich doch mit den Zeug dann noch? Aber ich find der macht mehr Spass zu T29. Das sind zwar... ...bissere Gegner, aber... ...aber... ...zuem... ...macht mehr Spass. Hä? Oh, vielleicht... Vielleicht der aber noch so gut ist. Das ist ne Leichtband, aber so gut ist es ja nicht. Er ist noch schnell. Legen wir los! Hm. Mal die Seite. Nee. Ich geh in die Stadt. Der Fricktoll KV 13. Wann noch mal der KV 13? Hm. Komisch. Was war denn noch mit dem KV 13? Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Wirkungstreffer! Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Was war denn vor... ...der KV 13 nochmal? Ach, der ist der mittlere... ...dauw... ...zwischen... 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 ...dauw... 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 Ich glaub den kann man mit dem KV 1S erforschen. Ach, jetzt weiß ich was vergessen... ...dauw zu gucken... ...warte gucken welche von den... ...den... ...112... ...oder... ...110... ...welcher der Prima und ich weiß... ...ich glaub er... ...110... Der ging voll durch ihre Panzerung! Funke ausgefallen! Signalreichweite verringert! Hat jetzt der Kollege... ...oah... ...Tjod... ...schießt der auf mir? Hier! Ach, super... ...müsste... ...blöden Kaufhaus... ...best auf mir schießen... ...man... ...dummer Kaufwein, Sizz... ...schießt der auf mir! Man... Na, super. Okay, hier hab ich gar keine Chance mit dem Geschütz. Das Geschütz ist gut für den Stufe 4, also für den Chi und He. Oder wie auch immer man den ausspricht, keine Ahnung. Chi hat den Hei. Hi. Das verdient die Stufe. Das ist super. Kann ich nix machen irgendwie fast. Na, kann ich ja nicht mit dem Wachs. Ich versuche mal euch aufzuklären. Ich bin zwar schnell genug dafür. Mit großes Ziel. Oh, das solls. Oh. Der Bart. Gegen den hab ich auch Chance. Den schnapp ich mir. Oh. Ich hab erst mal gegen den Haus geschossen. Nein, klär mal für den auf. Ich hab jetzt zwar dabei kaputt gehen, aber ist mir jetzt egal. Ah, daneben. Oh. Dort. Oh, oh. Tiche. Höhö. Tär ging voll durch ihre Panzerung. Fahrzeug zerstört. Super. Ich hätt hier nimmer wegfahren können. Tiche hat mich abgeschossen. Oh. Ach, genau. Ich spiel jetzt mal ein wenig Artillery. Oder? Ja. Welche? Die? Ne. Oder? Krille mal. Hm. Weiß nicht. Ne. Doch. Schießen wir jetzt keine Kollegen auf mir. Das könnte mich jetzt so aufrechnen. Schießt der auf mir? Stürzt auf... Na ja, auf was wollte der überhaupt schießen? Die waren hinter der Kirche. Na, der könnte zwar jetzt auch langweilig sein mit Artillerie. Los geht's! Na, was soll's. Na, will der Sturmbahn sein. Okay. Da drüben haben sie drei Stück hingestellt. Vier. Ne, stu. Und da der Rest vom Team. Okay. Was ist das für eine komische Aufteilung? Ja. Da hätte ich ja gleich alle auf einer Seite stehen können. Hm. Wer stelle ich mich da am besten überhaupt hin? Was ist das für eine Leichtbonze? Was sieht der denn denn nicht? Das habe ich da hingeziesen. Und da verschwindet der. Zieh den bitte. gut da kann ich nicht schießen